Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge aus FahrTV Plus. Ich rede mit euch. Das ist mein Meinungsvideo über dieses Fahrzeug. Ich liebe es. Tschüss, bis dann, euer Jan. Nein, also das ist keine Videokaufberatung. Die haben wir auch zu dem Citroen Army abgedreht. Die gibt es auf unserem Hauptkanal. Ist unten im Videobeschreibungstext dieses Videos auch verlinkt. Das ist aus FahrTV Plus, der Crucial Kanal. Ich erzähle ein bisschen mehr. Lasst euch teilhaben an meinen Gedanken und erzähle noch mehr von dem, was ich hier mit dem Fahrzeug erlebt habe. Also, wir sind diesen Citroen Army gefahren heute und es ist ein Kleinstfahrzeug. Und der eine oder andere, ich kann mir schon so in etwa vorstellen, wie die Kommentare im Hauptkanal ausfallen. Ist das Kunst oder kann das weg? Wer braucht denn sowas? Was für einen Schwachsinn? Braucht kein Mensch? Tralala, bla 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 bla. All diese Leute haben natürlich vollkommen recht, weil sie das Auto nicht verstanden haben. Also, ich würde ja niemals einen Zuschauer angreifen. Wir haben eigentlich immer recht. Aber manchmal verstehen sie die Sachen halt nicht so. Ich finde den Army super. Ich habe mich schockverliebt, ich bin ganz ehrlich. Und das, obwohl der diverse Sachen hat, wo wir beim normalen Auto sagen würden, geht ja gar nicht. Fängt an bei einer Geschwindigkeit von 45 kmh. In der Stadt willst du ja nicht 60 fahren, wenigstens 55. Der macht aber bei 45 kmh zu. Und das hat natürlich was mit dem Führerschein zu tun, dass du den mit dem Führerschein Klasse AM fahren kannst. Da komme ich gleich noch darauf zurück. Aber ich habe jetzt gelernt, hier im Berliner Verkehr die Anteile, wo ich zu langsam war, gefühlt zu langsam für den restlichen Verkehr, das war vielleicht fünf Prozent von der Strecke, die wir gefahren sind. Also das waren nochmal freie, größere Straßen, wo die Leute an mir vorbeigezogen sind. Aber es sind auch Leute einfach hinter mir geblieben. Und nicht, weil die nicht rausgefahren sind, sondern, weil die auch nicht groß schneller fahren als 45 kmh. Je mehr du dich in den Stadtkern bewegst, umso mehr reichen auch gerade dieses 45 kmh aus. Gut. Das nächste ist, es ist ein Zweisitzer. Wen kennen wir als Zweisitzer ganz gut? Die Firma Smart mit ihren Modellen. Two-For-One. Ne, wie heißt denn das? Fortou. Der Zweisitzer. Und der ist ja von Daimler quasi gebaut. Also ein bisschen teurer, ein bisschen luxuriöser und, und, und. Dieses Fahrzeug kostet 7000 Euro. Oder wird es kosten. Vielleicht auch ein bisschen mehr, aber knapp 7000 Euro. Was kostet so ein Smart? 20? 25 glaube ich, ne? Aufwärts. Also 20 nackt. Und was ich viel, viel wichtiger finde, ist, dieses Fahrzeug kannst du halt mit diesem Rollerführerschein AM, also früher war das ein Moped-Führerschein. Mofa haben wir erst gemacht, dann Moped und dann richtigen Führerschein. Mit dem Moped-Führerschein darfst du dieses Fahrzeug fahren und dann wird ein Schuh draus. Weil, wenn ihr euch überlegt, mein Sohn, jetzt noch 14, nächstes Jahr 15, kommt vielleicht an und sagt, Papa, ich will so einen Roller haben, ich will mobil sein, ne? Da sagt Vater natürlich, was soll er sagen, ne? Fahr mal Fahrrad, tut er ja auch. Aber bevor ich sage, ich kauf dir so einen Roller, würde ich fast sagen, ich kauf dir so einen Ami. Weil ich weiß, dass im Winter trocken, warm und noch ein bisschen geschützt, jetzt kann man sagen, ja gut, ne? Kein Crashtest gemacht, das Ding fällt doch quasi zusammen. Ja, vergleich das mal mit dem Roller, da bist du gar nicht geschützt, ne? Kannst du eine Airbag-Weste anziehen, könntest die hier aber auch theoretisch, ne? Wenn du dann wolltest. Und das ist meines Erachtens der große Clou von meiner Seite, also aus meinem Sichtfeld jetzt. Mein Sohn, statt so einen 50er-Roller halt dieses Auto an die Hand zu geben, mit all den Vorteilen, die das Auto nun mal hat. Und du bist hier mit dem Stromer unterwegs, 75 Kilometer, reicht locker für ihn aus. Da muss er auch zwei, drei Tage nicht laden, weil Bielefeld ist ja jetzt nicht so groß wie Berlin. Aber auch wenn wir in Berlin wohnen würden, mal vom Parkplatzproblem abgesehen, fände ich das eine super Alternative. Nun sagt Citroen, ja der Army ist für alle da, ne? Der ist für von 15 quasi hoch bis 95. Aber ganz kurz zu dieser 15 Sache noch ein Hinweis. 15, das gilt nur in drei Bundesländern aktuell, soweit ich weiß. Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Und da Bielefeld gibt's ja gar nicht, aber das nicht existente Bielefeld liegt in Nordrhein-Westfalen. Also könnte mein eigenes Blut quasi mit 15 schon seinen Führerschein machen und dieses Fahrzeug fahren. In den anderen Bundesländern, die ich jetzt nicht genannt habe, muss natürlich 16 sein, ne? Ist klar. Gut, aber Citroen sagt halt, der Army ist für alle da. Und von der Idee her verstehe ich das, also jetzt gerade hier in Berlin, ne? Du kannst ja gar nicht ausdenken, was du hier für eine SUV-Dichte hast, ne? Also wenn du mal guckst, also ich finde, heute waren auch mehrere kleine Fahrzeuge unterwegs. Stehen jetzt hier alle? Nein. Also Kleinwagen halt, aber die SUV-Dichte und Transporter-Dichte und so, das ist, finde ich, ist hier schon noch relativ hoch. Und in Berlin macht so ein Auto meines Erachtens auch Sinn für jemanden wie mich, ne? Der irgendwie schon fahren muss. Man kann jetzt natürlich sagen, ja, kannst du auch mal Fahrrad fahren, Jan. Das wird ja eh mal ganz gut tun. Aber gerade im Winter oder bei Regen oder 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 ist es natürlich schön geschütztes Auto zu haben, was eine rudimentäre Heizfunktion auch hat, wo man nochmal eine zweite Person mitnehmen kann. Das ist schon hier alles eigentlich ganz ordentlich. Und jetzt nochmal weiter gedacht in Richtung meiner Mutter, die ja jetzt ein bisschen betagter schon geworden ist. Für die ist das jetzt kein Auto, weil die wohnt eh in einer Kleinstadt und die muss dann immer nach Bielefeld fahren, um unsere Kinder zu bespaßen oder die meiner Schwester. Aber wenn die jetzt in Berlin wohnen würde, wäre das auch eine Möglichkeit, ne? Ich finde, der Wagen hat halt ein paar Nachteile, also oder das sind die eklatanten Nachteile meines Erachtens. Und die kann man abstellen. Das sind die Außenspiegel, sind mir wesentlich zu klein. Es ist letztendlich ein Auto, auch wenn es hier so als Leichtkraftfahrzeug gehandelt wird. Aber beim Auto will ich vernünftige Außenspiegel haben. Und das ist so mein Fiat 500, ne? Von 1960. Der hatte solche kleinen Spiegel und dann ist das auch cool und lässig. Aber wenn ich so ein Fahrzeug im Alltag bewege, also wenn man so ein Auto bekommt, das erste, was hier ersetzt werden, werden die Außenspiegel. Kommen schön S-Klasse Spiegel dran, ne? Dann wird das auch ein bisschen mondäner wird das Fahrzeug. Ja, das ist der eine Nachteil, den ich jetzt sehe. Der große Nachteil. Zweiter Nachteil könnte man noch sagen, aktuell, du hast ja hier in der Beifahrertür das Stromkabel. Um jetzt zu sagen, also einmal, ich finde das, guck mal ruhig vorbei, dann kann man das nochmal hier zeigen, das haben wir glaube ich im Clip nicht wirklich. Ziehst hier dein 2,50 Meter Stromkabel raus. Kannst aber im Moment nicht an so eine öffentliche Wallbox gehen, da brauchst du ja irgendwie einen Adapter. Und das hätte ich eigentlich auch noch lässig gefunden, jetzt gar nicht von der Ladegeschwindigkeit, sondern wenn du in die Stadt fährst, dass du den dann nochmal dranhängen kannst. Weil, soweit ich weiß, oder ich kenne keine Ladesäulen, die dann nochmal einen Stromanschluss nochmal haben. Ist in der Planung. Ist in der Planung, ja, aber ich kenne es nicht, aber vielleicht nicht auch. Ich meine in der Planung, dass der das kann. Ja, 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 in der Planung ist das. Ich habe auch gelesen, es stand wohl auch zur Diskussion, dass er so einen 7,4 Kilowatt Onboard Loader noch eventuell bekommen soll. Wäre für mich aber, dann kostet er wahrscheinlich gleich 4.000 Euro mehr. Das brauchst du gar nicht. Also eigentlich in 3 Stunden ist diese Batterie aufgeladen. Das reicht ja. Fährst zur Schule, sag mal, hey Hausmeister, mach mal Steckdose. Ne, also finde ich durchaus interessant. Aber du musst halt die Lademöglichkeiten halt haben. Und wenn du jetzt sagst, hier Berlin, ne, große Stadt, hast da irgendwo oben so eine Wohnung, dann ist schon schwierig. Und öffentlich geht es halt auch nicht. Dann brauchst du wirklich tatsächlich diesen Adapter. Und ich weiß nicht, ob der dann abschließbar sein wird, dass der auch nicht geklaut wird oder abgezogen wird. Man weiß das halt nicht. Aber das ist alles kein Nachteil. Übrigens, falls ich jemanden gefragt habe, habe ich nicht erwähnt. Das ist hier vom Kaktus der Airbun quasi aufgegriffen. Aber das ist nur ein Aufkleber. Ja, gut. Also, wir sind hier durch Berlin gefahren und ich hatte Bedenken, als wir losgefahren sind, weil du bist ja quasi so ein rollender Bremsklotz. So habe ich gedacht. Und die Berliner, so wie ich sie kenne, da wirst du weggewuppt und angeschrien von den Fahrradfahrern und abgedrängt von denen, die es besonders eilig haben. Ich bin, glaube ich, noch nie so entspannt durch Berlin gefahren wie mit diesem Fahrzeug hier. Weil sehen die alle sehr locker. Nun könnte es sein, das will ich nicht abstreiten. Das ist ein bisschen daran liegt, dass wir hier ein französisches Kennzeichen am Fahrzeug haben, was aussieht wie so normales, erwachsenes Kennzeichen. Und dass die Leute sich vielleicht eher fragen, ach guck mal süß, die beiden Franzosen da, also der Alex und ich, ob die wohl von Paris hierher gefahren sind. Und er kriegt ja nachher so ein Mofa-Kennzeichen. Hier kennst du die, diese kleinen Kennzeichen. Übrigens, ab nächstem Jahr soll es Klebekennzeichen geben. Das passt dann hier noch besser. Aber ob, wenn du das Auto mit so einem Mofa-Kennzeichen fährst, ob die Akzeptanz dann immer noch so groß ist. Ich kenne das nur von mir. Komm, wir wollen alle ehrlich sein. Wir sind natürlich alle wahnsinnig tolerant. Aber wenn da so eine Möhre vor dir in die Straße biegt, hinten mit so einem 25 Schild dran und so einem Mofa-Kennzeichen, da bist du so vor, ey, was willst du hier? Geh Fahrrad fahren, ne? Mach mal ehrlich, das ist doch so, oder? Geht ja auch nicht anders, oder? Ja. Und das ist ja jetzt hier, meistens sind die ja so so Schmalspur-Fahrzeuge, ne? Diese 25er. Der kann ja 45. Aber wenn der von mir einbiegt, denke ich als erstes, da ist hier so ein 25er Auto, Führerschein abgegeben, darf jetzt nur so ein Ding fahren, der da von mir rumeiert. Und dann bin ich vielleicht auch positiv überrascht, dass er dann mir davon zieht. Ja, oder auch nicht. Gut, was dann auch nochmal schön ist, jetzt mal angenommen, mein Sohnemann bekommt dieses Auto von mir, oder von uns, von meiner Frau und mir natürlich. Also, ich hab ja kein Geld, ich bin ja YouTuber. Und er fährt da mal ne Macke rein. Ich weiß nicht, was hier die Frontschürze kostet. Die Frontschürze, die ja im Übrigen... Habe ich blöd hingestellt, ne? Achso, ja. Die Frontschürze, die ja auch gleichzeitig die Heckschürze ist. Du bist nur blöd gelaufen, Alex. Ich hab's toll hingestellt. Das ist ja das gleiche Teil und das ist einfach nur durchgefärbter Kunststoff. Was wird das kosten? 100er vielleicht, wenn wir mal ehrlich sind? Also, kann ich mir nicht vorstellen, dass es viel mehr kostet. Du fährst da ne Macke, oder fährst es kaputt. Du kaufst halt ein neues, ne? Zack, reingesetzt, fertig. Das ist auch gut für den Fahranfänger, ne? So zum Lernen. Natürlich, am besten ist es, wenn er gar nichts kaputt fährt. Aber sieht man das jetzt nochmal, dass vorne aussieht, genau wie hinten, ja, ne? Ja, ist irre, ne? Finde ich wirklich, das ist auch ganz cool. Naja, jedenfalls, also dieser durchgefärbte Kunststoff finde ich auch praktisch. Ja, du hast keine Farben, ja, die sehen alle gleich aus, aber es schaut ja nichts. Und dafür hast du ja diese Customized-Optionen. Jetzt gehen wir hier mal ein Stückchen weiter, weil ich hab da mal so ein paar Autos zusammengestellt, ne? Also, ich nehme mal an, das wird Khaki sein und die Sachen, die ihr bei uns im Auto gesehen habt, die vorher orange waren, also hier die Kreise von diesem Rad oder dieser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-Ecke oder so und 5-Ecke, ja. Oder auch die Einlagen im Armaturenbrett oder auch die Taschen, wie heißt das nochmal? Die Netztaschen an der Seite, das ist alles hier Khaki. Dann orange hatten wir schon, langweilt mich, langweilt mich. Das ist meines Erachtens blau. Ja, kann man auch machen, ne? Also, kurze Zuschauerfrage, was würdet ihr nehmen? Orange oder blau? Ja. Weil, ach, schwarz haben sie gar nicht da. Oder grau gibt's noch, ne? Ja, also grau gibt's nicht. Achso, und der Taschenhaken, der ist auch dann nochmal in der Farbe halt. Und auch die Fußmattenumrandungen, die habt ihr ja auch bei uns gesehen im Review, die ist ja auch orange. Also, alles blau bzw. Khaki bzw. grau wird es geben. Und auch das finde ich schön. Das Auto gibt's quasi nur in der Grundausstattung und dann gibt's halt diese Farbpakete oben drauf und dann gibt es noch zwei andere Pakete, wo du noch ein paar mehr Aufkleber kriegst und so und das war's dann aber auch. Also, kann der Sozialneid gar nicht so groß sein, ne? Wenn du Zwillinge hast, schenkst du beiden eine andere Farbe, ist aber das gleiche Auto. Lass uns wieder zurückgehen zu meinem Auto. Zu meinem Auto. Noch nicht zu unserem Auto. Ja, der Hammer bei dem Fahrzeug ist auf jeden Fall, wie viel Platz man noch in dem Auto hat. Also, du steigst ein und denkst erstmal, es geht gar nicht, ne? Und dann weißt du ja, Alex und ich, wir haben ja ungefähr beide so eine sehr, sehr zarte Statur. Und wir hatten einen Koffer mit, also einen Handgepäck-Trolley, einen Rucksack, eine große Tasche, einen kleinen Rucksack und ein Stativ. Und das passt ja alles ganz locker, also locker nicht. Aber dadurch, dass du so einen großen Fußraum hast, der ja als Gepäckraum gedacht ist, funktioniert das halt auch alles. Und somit kannst du wirklich mit zwei Leuten auch deine Sachen da erledigen. Und du könntest damit auch einkaufen fahren eigentlich relativ locker, ne? Also dann vielleicht nicht unbedingt zu zweit, das wird dann schon, also kannst du keine Kiste Wasser mitnehmen? Doch, kannst du auch. Also eigentlich geht das alles. Das ist schon pfiffig. Und was ich liebe, was ich wirklich liebe, sind halt die Klappfenster. Die kenne ich ja noch von der Ente halt früher, ne? Das ist ja einfach aufschießend, da oben klappst. Und auch das Belüftungsprinzip oder Konzept dann durch diese Fenster ist so super. Du kriegst so ein bisschen Fahrtwind, aber es zieht halt nicht so wahnsinnig. Auch wenn du mit beiden Fenstern geöffnet fährst. Jetzt müsste man natürlich nochmal im Regen gefahren sein, um zu sehen, ob das auch alles schön dicht ist und da nichts rein süppt, aber läuft. Ja, und hell ist es halt auch im Innenraum, weil du das Panoramadach hast. Also mal ganz im Ernst, ich kriege keine Prozente, ne? Ihr müsst ja eh online bestellen wahrscheinlich. Und da könnt ihr ja auch nicht anwählen hier von Ausfahrt TV. Der Jan hat mich irgendwie totgeredet. Ich muss das Ding jetzt kaufen. Ich finde den super. Ich würde den gerne haben wollen für meinen Sohn, wenn er Begeisterung zeigt. Das finde ich cool. Auch, dass der mit 15 quasi schon anfangen kann, Auto zu fahren. Meine Frage, vielleicht bin ich völlig verblendet. Also meine Frau wird mir wahrscheinlich heute Abend den Kopf waschen. Aber wie seht ihr das da draußen? Eure Kinder mit 15, dürften die schon so ein Auto fahren? Das ist ja nicht Auto-Auto-Fahren, aber das ist ja schon ein Auto-Fahren, ne? Ich finde das eigentlich gut, drei Jahre Praxis, bevor du in so einen richtigen Boliden reinkommst. Drei Jahre, klar reduzierte Geschwindigkeit, aber du kriegst doch mal ein Gefühl für Geschwindigkeiten. Also von anderen Verkehrsteilnehmern natürlich nur. Du weißt, wie sich so ein Auto verhält, wenn du mal eine Notbremsung machst und und und. Ja und vielleicht kann man ja irgendwie hier noch ein paar Widerstände umsetzen, ne? Elektro-Tuning ist auch eine feine Sache halt, ne? Na gut, Kinder. Achso, mein Telefon ist hier noch drin. Ich mag hier gar nicht so reingehen, weil da ist eben eine Wespe reingeflogen. Und die wird bestimmt jetzt mittlerweile richtig aggro sein, weil die hier nicht rauskommt. Hoppla. Das Auto ist jetzt auch schon zerlegt. Also, ich bewerte das Fahrzeug ja immer und ich habe das gemeinsam mit Alex erledigt, weil ich mir bei vielen Sachen halt auch unsicher bin, weil ich ja noch nie so einen Leichtkraftwagen quasi bewertet habe. Erfüllt der Wagen seinen Anwendungszweck als? Ja, kleines elektrisches City-Auto, fünf Punkte. Aber wir sind uns einig, fünf Punkte wollen wir nicht geben. Vier geben wir schon, weil wir finden den doch ein bisschen zu langsam. Also, wir hätten gern 5,50, der Alex und ich. Da würden wir uns wohl damit fühlen, verstehen aber, dass das nicht geht wegen dem Führerschein und AM-Führerschein und 15 beziehungsweise 16 Jahre. Trotzdem an dieser Stelle vier Punkte. Aussehen, ach ey, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also, ich mag den halt, ne? Ich mag den richtig gerne. Hoppla, Spiegel kaputt. Äh, Spiegel abgedrückt. Ich mag den wirklich richtig gerne. Ich finde den total süß und knuffig, aber schön ist er ja nicht, ne? So ähnlich wie ich halt, ne? Also, ich bin ja hier kein Model, aber ich habe halt so viel Charme. Und vielleicht, das ist ein ganz gutes Beispiel halt. Was soll denn das jetzt, ne? Lass mich doch mal Fishing für Kompliment spielen. Nein, also ich finde, der hat schon was. Und ich gebe dem drei Punkte. Ich finde den nicht schön, aber ich finde den richtig cool. Und ich mag den. Ich finde den so knuffig. Ich möchte den am liebsten einpacken und mitnehmen. Ja. Fahreigenschaften haben wir vier Punkte gegeben. Da könnte man jetzt sagen, Jan, ist das nicht ein bisschen hoch bewertet? Aber da wir ja eh nur 45 km h fahren, der macht halt alles, ne? Der beschleunigt, der bremst, der lenkt. Das Fahrwerk ist für die Geschwindigkeit auch vollkommen gut. Es sei denn, du bist hier auf so einer Berliner Baustellenstraße. Das schockt nicht so. Aber das ist alles in Ordnung. Finde ich schon. Beschleunigung, Durchzug gibt drei Punkte. Also du hast ja normalerweise bei Elektromobilität immer diesen brachialen Anderriss, ne? Und selbst wenn der kastriert ist, wie jetzt beim Opel Corsa E, wo du nicht die volle Leistung mitnimmst, dann immer bist du ja schnell unterwegs. Hier nicht. Aber er ist doch nicht langsam, ne? Also der kommt schon. Also hier so ein Berliner Doppeldecker haben wir platt gemacht. Also ich glaube, der ist nicht gefahren, weil er uns gesehen hat und wollte uns nicht kaputt fahren. Aber den habe ich platt gemacht an der Ampel, ne? Ist okay. Also fühlt sich jetzt auch nicht so wahnsinnig schnell an, die Beschleunigung. Aber das Fahren fühlt sich schnell an. Habe ich auch im Fahreindruck gesagt, du fährst durch die Stadt halt, ne? Ist nicht so viel Verkehr. Und merkst du, ich fahre nur 40. Ich habe ja noch 5 kmh, die ich drauflegen kann, ne? Also steigst ein, regst dich auf, blöde Karre, ne? Kann nur 45. Und dann fährst du aber freiwillig nur 40, weil es sich so schnell anfühlt. Also du fährst nur Vollgas quasi, wenn andere Autos um dich rum sind, weil dann merkst du ja, du willst ja keine Ausbremsen halt. Und dann immer schön, ne? Pedal nach unten, ins Bodenblech gedrückt. Gut, drei Punkte. Ausstattung. Ja, zwei Punkte gebe ich da. Jetzt mal ganz im Ernst, der ist so rudimentär ausgestattet, was okay ist für das Fahrzeug. Und auch unter Berücksichtigung, dass die wollten ja ein preiswertes Fahrzeug machen. Du hast eine Heizung, die wir nicht wirklich testen konnten. Du hast einen Tacho, den ich finde, auch nochmal negativ, den kann man echt schlecht ablesen. Der könnte für meinen Geschmack noch ein bisschen heller sein. Und du hast noch dies und das und jenes. Aber Ausstattung ist eigentlich nicht so, ne? Aber du kannst den Fahrersitz vor- und zurückschieben. Also in dem Fall jetzt zwei Punkte für die Ausstattung. Kofferraum, ein Punkt. 63 Liter hier. Zuladung gibt auch drei Punkte, auch wenn ich den Wert jetzt hier gerade nicht präsent habe. Aber du kannst zwei Leute einladen, die nicht allzu schlank sind, keine Grazien sind. Und sogar noch ein bisschen Gepäck. Und trotzdem bewegt sich das Ding noch relativ flott. Finde ich okay. Drei Punkte. Natürlich kannst du keinen Anhänger, keine Dachlast, kein gar nichts. Wobei es gibt den dann auch nachher noch so Zubehörpacks, dann hat er eine Dachregelung. Hab ich gesehen. Hat da irgendwie so ein Bild gezeigt. Das fand ich schon ganz lässig. Aber da kannst du trotzdem nichts draufschneiden. Ja, Jan Faktor. Wer weiß es? Wer weiß es? Wer ahnt es? Fünf Punkte. Ganz im Ernst. Ich finde den super. Ich will den unbedingt haben. Ich finde es total klasse. Ich würde den auch selber fahren wollen. Ich finde den wirklich lässig. Ich sehe schon meine Frau. Das Gesicht meiner Frau, wenn ich sage, pass auf, so ein Ding kaufen wir. Finde ich nicht gut. Naja, gut. Aber ich finde den mega geil. Leicht gefärbt hier. Aber ich bin total objektiv, ehrlich. Nein, das hier ist subjektiv. Das ist Ausfahrt TV Plus. Da muss ich auch nicht objektiv sein. Gut. Effizienz. Da gebe ich drei Punkte. Ohne einen Wert zu haben. Weil wir haben auch keinen Bordcomputer. Bloß auf dem Hinweg haben wir quasi gegengerechnet die Reichweite, die wir am Anfang hatten gegen die Kilometer, die wir gefahren sind. Passte nicht hundertprozentig, aber war ziemlich nah dran, sodass ich diese 75 Kilometer Reichweite auch nicht unrealistisch finde. Und danach ging es halt mit dem Akku bergab. Das hat aber nichts mit dem Fahrzeug zu tun, sondern damit, dass ich bei den Fahrschen immer hoch beschleunige Vollgas und lustige Sachen mache. Die sind natürlich nicht zugänglich für den Verbrauch. Du rekuperierst so gut wie gar nicht. Also drei Punkte hier. Fahrkomfort, Sitze, Fahrwerk. Als wir hier eben angekommen sind, sagte Alex wörtlich, Ich bin auch froh, dass ich wieder aussteigen kann. Nach zwölf Kilometern. Die Sitze sind schon unbequem für jemanden in unserem Alter, mit unserer Statur. Man muss auch ein bisschen einschränken. Finde ich aber trotzdem nicht schlimm. Die sind halt robust. Kannst du mit dem Kercher rüber gehen. Die Sitzfläche relativ kurz auch. Auch das führt zu Unbequemlichkeit. Du kannst sie überhaupt nicht verstellen. Auch das alles nicht so gut. Dazu kommt noch das Fahrwerk. Jetzt auch nicht sämftenartig abgestimmt. Zusammen ist das schon unkomfortabel. Würdest du es unkomfortabel wirklich nennen? Die Sitze schon. Das Fahrwerk nicht so. Also ja, aber trotzdem ist, egal wie wir das jetzt schwätzen und reden, zwei Punkte stehen da halt nun mal. Und das ist auch abgestimmt. Geräuschniveau gebe ich drei Punkte. Eigentlich fünf, weil überhaupt keine Windgeräusche. Aber bis 45, naja, was soll man sagen. Ist halt so die Sache. Also ich glaube, ich würde einen Großteil der Zeit wirklich mit geöffneten Fenstern fahren, weil ich das angenehmer finde. Du hast keinen Zug, aber trotzdem frische Luft. Auf der anderen Seite bist du auch nicht so abgeschottet. Also wenn du alles zu hast, ist er ruhiger, aber du hörst schon die Außengeräusche ganz gut. Also er ist ja jetzt auch nirgends gedämmt. Das siehst du ja unter den Gummimatten ist nichts an Dämmung. Hier oben am Dach ist nichts an Dämmung. Kann man aber alles machen. Und das fände ich auch interessant. Hier die Dachstreben und so den Bereich, wenn ich mir den kaufen würde, würde ich das erstmal mit Amaflex auskleiden, glaube ich. Das so ein bisschen ruhiger und auch gedämmter wird im Fahrzeug. Und ich würde mir auch eine zweite Bluetooth-Box noch dazustellen. Vielleicht eine etwas größere. Gut. Ergonomie. Habe ich hier ernsthaft vier Punkte gegeben. Aber ja, doch weiß ich, wie wir das besprochen haben. Du hast kaum Schalter und die verstehst du sofort. Also man muss ein bisschen umstellen, dass der Hupen-Schalter am Blinker ist, der Taster am Blinker ist. Aber wer schon mal Franzose gefahren ist, also Franzosen gefahren ist, der kennt das auch. Dann ist es auch nicht mehr so ungewöhnlich. Und von daher passt das auch. Aber ja, vier Punkte. Assistenzsystem. Einen Punkt gibt es nicht. Bedienung, Infotainmentsystem. Je nachdem, was du da nimmst als Smartphone, können wir nicht beurteilen. Einen Punkt. Und Lautsprecher. Wir haben die Bluetooth-Box nicht zum Laufen gekriegt. Die ist auch nur optional. Also, die habe ich nicht mit eingepreist. Ein Punkt. Ja, ist halt nichts da. Eigentlich müsste ich ja drei geben. Ist mir auch egal, komm. Airbag vorne abschaltbar. Hat keine Airbags. Einklemmschutzfenster hinten. Hat hinten keine Fenster. Und hier kannst du dich auch nicht gut klemmen. Schon ein bisschen, aber sollte gehen. Drei Punkte. Praktische Elemente. Zwei Punkte. Wegen einem Taschenhaken, glaube ich. Da kannst du dein Kind festschnallen. Ja, komm. Das System versagt bei diesem Fahrzeug halt völlig. Was ich euch sagen will. Ich finde den großartig. Und der eine oder andere wird mich verstehen, denke ich. Und alle, die Kinder haben, werden mich sehr wohl verstehen. Wie Alex zum Beispiel. Der denkt auch, seiner ist noch deutlich weit weg von 15. Aber du kaufst mir den dann ab quasi, ne? Ja. In vier Jahren. Lieber so ein Auto als mit dem Roller. Ja. Alex sagt, lieber so ein Auto als mit dem Roller. Alex ist früher auch Roller gefahren. Der weiß, wovon er redet. Ja, Kinder. Das soll es gewesen sein. Ah, nee. Gar nicht wahr. Ich habe eben nochmal einen kleinen Augenblick. Überbrücken wir, Alex. Wir machen mal ein paar schöne Bilder. 229 Kilo Zuladung. Das heißt, also, schöne Bilder. Also, 229 Kilogramm Zuladung. Also, Fahrer plus 150 Kilo. Das ist gerade noch in Ordnung. Aber ich habe auch keine fünf Punkte gegeben. Also, ich erwarte ja nicht 100 Kilo pro Fahrer. Aber dann waren wir schon... Wir hätten noch einen Koffer mitnehmen können. Goldkoffer. Ja. Ja. Witzig. Zulässiges Gesamtgewicht wirklich 700 Kilogramm. Und ich sage noch beim Fahreindruck, aber hier keine 700 Kilogramm, ne? Aber da waren wir, glaube ich, schon dran dann. Ja, gut. Und, ähm, ja. Das war es im Prinzip, ne? Ja. Gut. Kinder. Das soll es gewesen sein. Das reicht ja auch. Ich möchte wissen, von euch da draußen, ich habe ja schon Fragen gestellt, ne? Mit 15 das Ding fahren? Ja? Nein? Wie findet ihr das? Ähm, Wer Kinder hat, versteht mich? War auch eine Frage. Könnt ihr auch beantworten. Ähm, ich würde mal... Mich würde interessieren, wer von euch ernsthaft überlegt, so ein Auto anzuschaffen? Oder so ein Vehikel, sage ich mal. Weil ich... Eins. Gut. Ja, schreibt es mir alles unten in die Kommentare. Ich freue mich schon. Ich habe keinen Bock, das Review, die Kommentare zu lesen, weil ich weiß, wie die da ausgehen. Ne, was ist denn das? Und so, ne? Ihr wisst schon, die, die es nicht verstehen. Aber hier auf dem Kuschelkanal habe ich richtig Bock. Bin gespannt, was ihr so schreibt. Ich möchte auch ein bisschen gerne mit euch diskutieren zu diesem Fahrzeug. Und, äh, freue mich also auf eure Rückmeldung. Ich freue mich auch über einen Daumen nach oben. Ähm, Alex kriegt übrigens pro Daumen nach oben unter jedem Video einen Cent von mir. Das ist seine Vergütung. Ihr müsst Alex nicht finanzieren. Also, das... So ist es halt, wenn man beim YouTuber arbeitet, ne? Man hat ja hier das goldene Leben. Warst du schon mal in Berlin, Alex? Na? Nein, ne? Naja, gut. Ja, Kinder, das soll es gewesen sein. Bleibt gesund da draußen. Ich verabschiede mich wie immer und sag, Tschüss, bis dann. Euer Jan. Ein Richtig. Schmidtle jeden Abend. Großartig. imentalту. Eigentlichuje. Dies ist��, somm 뜻!